Das FBI lässt verlauten, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Polizist. Ladies und Gentlemen, platzieren Sie Ihre Wetten. Wir erwarten ein Blutbad, auf das Sie sich freuen dürfen. 30 Wettkämpfer, 24 Stunden. Es geht um 10 Millionen Dollar in Bar und den ehrenhaften Titel des Weltbesten Killers. Joshua Harlow, der größte Killer aller Zeiten. Es wurde jedem Killer ein Peilsender implantiert, sodass wir sie finden und sie sich gegenseitig finden könnten. Genießen Sie Ihren Kaffee. Bitte. Wer bist du? Ich bin ein Priester. Sie haben einen Peilsender in sich. Die halten Sie für einen Killer. Die halten mich alle für einen Killer. Ich wollte mich fertig machen. Das ist perfekt. Wieso sollte irgendjemand an diesem Irrsinn teilnehmen wollen? Ich weiße, Rache, Titel, Nervenkitzel. Und was ist Ihr Grund? Warst du es, Mais? Warst du hinter mir her? Hast du meine Frau ermordet? Ich kann sie nicht schützen. Also ich schlage vor, dass Sie mir jetzt sehr genau zuhören. Sie müssen anfangen zu töten, wenn Sie am Leben bleiben wollen. Warum bist du zu mir gekommen? Leilei! Schauen Sie! Der Wettkampf hat begonnen. Der Wettkampf hat entschieden. Vielen Dank.